Tickets wieder hoch in der Eikerslösung. Ich wollte die Kasse planen an, Daddy. Sie ist jetzt aufseitig mit der jungen Frau. Ist das gut? Davor noch mal ein bisschen zurück, wir drehen mal mit den beiden Klinern. Das ist geil. Jetzt ist es los. Jetzt ist es los. So ein bisschen zurück, die Klinik-Lovato. Die Klinik-Lovato. Hier ist es los. Die Klinik-Lovato. Oh! und Tickets wieder unten an der Kasse, Tickets unten an der Kasse, Tickets unten an der Kasse. Tickets unten an der Kasse, Tickets unten an der Kasse.